Na, es ist ein TFT-Sat 5 ist jetzt auf dem PvE. Ich habe es ein bisschen ausprobiert im letzten Stream und es macht bis jetzt relativ viel Spaß und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich da mehr Lust habe, dieses Mal das bisschen mehr zu spielen und wieder verrückte TFT-Comps zu spielen. Eine davon kommt jetzt, denn ich spiele ausschließlich Tier 5 Einheiten. Viel Spaß mit dem Game und lasst gerne einen Like da. No, wir müssen trommeln. Ach, dammit. Abgetrommelt. Wir trommeln gleich, wenn wir uns wiedersehen, ja. Äh, ein Item. Ich schmeiße jetzt noch eine Abomination mit rein. Ich will schon sehen, was ihr davon habt, ihr Schlawiner. Das passt, Leute. Late Game. Ich gehe auf Super Late. Ich verkaufe am Ende alles und schmeiße nur noch Tier 5 Einheiten rein und dann wird das was. Oh nein. Zeilen rastet aus. Ich habe auch einen, der ausrastet. Haha. Man hat keine Items. Gib ihm! Übelster Fight Club hier. Ach, komm schon. So, aber jetzt sparen wir. So, ich nehme mich jetzt zurück in meinem Stuhl und jetzt warten wir. Ah, bin gespannt. Draconic regelt das jetzt. Hallo da. Oh, wir müssen, wir müssen trommeln. Okay, ich setze gleich ein. Ah, nicht ganz. Oh, das war perfekt. Da war es gerade perfekt. Und dann muss ich dich platt machen, weil du so bad bist. Man kann doch auch draconic machen, ne? Nightbringer, Revenant, Helion, Vergotten, Dragonslayer, Coven, Cavalier, Abomination, Assassin, Dawnbringer, Ironclad, Legionnaire, Redeemed, Renewer, Skirmisher, Spellreviewer. Man kann kein draconic machen. Wieder was gelernt. Gib mir mal AP, bitte. Ja, easy. AP. Die beiden Drachen, die zusammen mit dem Chunk Hulis sind, die machen ja auch Musik. Das lerne ich einfach auf Gitarre und dann spiele ich das einfach mit meinem eigenen Chunk zusammen. Ja, okay, also es stimmt schon mal. Man muss das nur schnell genug spielen. Oh, draconic ist so verrückt. Ich kriege einfach so viele Ashes und was weiß ich alles. Ja, ja, ja. Ja, du kriegst alles hinterher geschmissen. Hör, draconic ist einfach Schlussverkauf. Ist das so wild? Bum, bum. Tja. Bum, bum. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Reichtum. Ei, ei, ei. Erstmal ein Z mit draufsetzen. Da brauche ich eigentlich nur einen Nuno und einen Rise, damit mein Dingens stärker wird, ne? So, jetzt können wir nämlich ganz entspannt auf Level 9 gehen und dann einfach nur noch für die Tier 5 Einheiten rollen. Das wird schön. So. Jetzt habe ich gesagt, einen Trainer würde ich nehmen. Oh, dann habt ihr Sion Wings. Das ist ein schönes Item. Äh, ist bestimmt ein bisschen tanky. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich spiele sogar gegen den, der den Insane Aatrox hier hat. Oh, rip. Äh. Das war es mit meiner Insane Winning Streak. Hat sich schön angefühlt, solange sie da war. Oh! Ich brauche Heimer. Give me Heimer. Nein! Na! Okay. Nein, 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 nein. No, you don't want him. Ja! Ja! Jawoll. Oh, jetzt geht's richtig ab, so auf Draconic Basis. Warum verhauen die mich? Helion, Alter! Diese verdammten Stehaufmännchen. Komm immer wieder. Guck mal, jetzt habe ich schon mal Level 8. Was können die goldenen Eier eigentlich? Könnte ich die für mehr Gold verkaufen? Nee. Was können sie dann? Dragon Eggs are golden. Golden Eggs hatched into even rarer Loot. Das heißt, ich kriege der aus goldenen Eier des Heimer Dongers, oder was? Ja, hello there. Oh, hello there. Boom, boom. Oh, perfekt. Boom, boom. Oh, nice. Boom, 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 boom. Boom, boom. Ja, guck mal, jetzt habe ich dich auch das erste Mal gemacht. Ja, frech. Oh, ich kam auch richtig dickes goldenes Ei raus. Warum sind die denn fertig? Kann ich aufs Feld setzen? Nee. Kann ich nie aufs Feld setzen. Ich glaube in das Zukunft des Dragon Kai. Ja, easy. Boah. Alter, die Heilung von dem. Der tankt erstmal übel viel weg. Sion, du bist dran. Your time to shine, Sion. Ja. Oh nein. Alter. What the fuck? Ich werde gleich ganz langsam die Abomination rausnehmen. Und mein 5 war Draconic noch drin behalten. Dann weiß ich noch nicht. Schau ich mal weiter. Au. Au. Das riesige goldene Ei hier, das schlüpft einfach seit Runden nicht. Wie lange braucht das denn? So, ich habe nicht mehr viel Zeit gleich zu transitieren. Das ist ein Wort. Nein, egal. Was? Da waren Items drin? Force of Nature? Ei, ei, ei. Okay, die Runde muss ich jetzt noch überstehen. Und dann kann die Transition eigentlich starten. Los, sterb, bitte! Ja, und dann halt nicht. Ja, ich bin Level 9, kannst du mir mal fucking Tier 5 Einheiten geben? Oh scheiße, ich habe gerade, ich habe gerade die Level 3 Ash verfehlt. Leider. Ja, das war belastend jetzt gerade. Du hast sogar einen Garen, du Arschloch. Den habe ich gerade gefunden. Warum? Ich will den Hör. Noch einer. Das gibt es nicht. Noch einer, noch einer. Wow. Warum findest du so viele? Wann? Weil ich Level 9 bin? Jetzt hast du einfach ein Level 2 Garen und ich habe nicht einen einzigen gefunden. Und noch ein Level 1 auf dem Feld. Ich muss halt jetzt erstmal die Runde hier noch überleben. Das sieht gerade nicht gut aus. Weil die alle wiederkommen, diese Stehaufmännchen. Ja. Komm schon. Nein, es kommen alle wieder. Oh Gott, ich lebe noch. Okay, last chance. Oh Mann. Vielleicht kriege ich die ganze Zeit Heimelrechte hier. Ich habe zwei Zweier-Hämmer-Dinger. Aber ich bin verwirrt, mit was ich auf dem Feld habe, alles. Okay, gib mir mehr Stuff. Noch mehr Items. Holy shit. Äh, okay, 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 okay. Das. Das. Was mache ich da? Keine Ahnung. Hier, nimm das auch. Achso, scheiße. Das habe ich jetzt alles dem einen Garen gegeben. Egal. Dann verkaufe ich meinen Garen jetzt und mache hier neue Garens. Oh, komm schon. Los, meine Tier-5-Einheiten. Ihr müsst es carry'n. Alter, dieser Tarek, ey. Er ist so viel zu tanky. Ja, ich lebe noch. Ist this real life? Uff, ich bin mir noch nicht sicher, aber eigentlich. Dinger, warum kriegt der so viel Heilung? Meine Heimat-Dinger haben den Schaden gemacht hier, ey. Uff, ich kann kein Timon mehr kaufen, weil ich nur fünf Leben habe. Noch ein Heimat- Ich brauche ein Heimat-Dinger, dann habe ich Heimat-Dinger auf drei. Oh, das wäre wild. Das wäre super wild. Darius auf zwei, nehme ich auch. Junge, Alter, ey. Wege auf zwei, nehme ich auch. Deine Level-5-Einheiten. Locker spielen wir jetzt gegeneinander, oder? Weiß ich nicht. Ja, tun wir. Ja, ich hoffe, ich gewinne. Ja, ich glaube, du gewinnst auch. Ich habe noch nicht nur Tier-5-Einheiten auf dem Feld. Bin noch nicht so weit. Ja, ich glaube, du gewinnst das aber trotzdem. Ich habe irgendwie keine Kindred bekommen. Das war ein bisschen nervig. Du machst mich halt trotzdem easy. Ja, guck dir mal die Heimat-Dinger-Dinger an. Alter, oh, shit, ey. Guck dir mal die Heimat-Dinger an. Guck mal, wohl lieber auf zwei, perfekt. Ja, das ist wahrscheinlich der, den ich gerade verloren habe. Kayl, Kayl. Kayl, du brauchst jetzt diese Items hier. Ich frage mich gerade, wo das Grab herkommt. Ich habe doch gar keine Obomination. Ah, toll, jetzt ist hier eine Kindred. Toll. Garen? Na, egal. Garen ist schon auf zwei. Der hat im letzten item, was da noch rumliegt. Oh, was aufs Nature nur. Es hat noch gereicht. Es hat noch gereicht. Hä, warte, hier ist noch ein Heimer. Ruf runter her. Warum ist hier noch mal ein Heimer? Okay, Level 3 Heimer, was kannst du? Level 3 Heimer! Schieß, schieß, mein Junge, schieß. Ich habe leider keine Mana-Items für ihn. Er ist absolut betäubt. Na, jetzt, 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 jetzt. Bum, juhu. Der räumt das ganze Feld weg. Holy shit. 42.000 Schaden steht da. Ach, du Scheiße. Einfach ein Rasenmäher, der Typ. Einfach ein fucking Rasenmäher. All right, all right, okay, pass auf. Wer ist noch nicht, wer ist, der muss weg, der muss weg. Ich darf nur Tier 5 auf dem Feld haben. Ist hier irgendwas nicht Tier 5? Ja, Kay. Hä, na klar ist Kay Tier 5, du Dummi. Ach ja, doch, stimmt. Ja, ich Dummi. Guck mal, zack, oh, noch eine 2-Kindrit. Okay, okay. Fuck, nur Level 2 ein. Nur Level 2, obwohl nur der Timo nicht. Es ist einfach auch super lustig, dass ich ein 3er Heimerdinger hab und dann noch einer Heimerdinger. Ja. Alter. Junge, der Heimer ist insane. Holy shit. Geil. Das ist das absolute Draconic Farm Game, ey. Ja, Mann, I love it. Achso, ich hab meinen Heimerdinger grad outplayed und ihm selbst die Kraft von seinem Item genommen. Aber ist egal. Auf Level 3 one-shottet er eher alles. Ich brauch nur das Mana von dem Item. Okay, schieß, mein Junge, schieß! Da kommt ab. Das ist frech, der hittet so viele nicht, weil die noch dabei sind, aus dem Helios, äh, Helion-Portal zu springen. Na, überlebst du das noch? Ja, überlebt er noch. Wie deprimierend muss das für ihn denn bitte sein? Du gewinnst eigentlich ganz gut, bist richtig gut dabei. Und dann passiert das. Und dann kriegst du nur noch aufs Maul. Noch ein Wohlibeer. Noch ein Wohlibeer. Nein, ich konnte nicht mehr tauschen. So. Jetzt schießt mein Heimerdinger noch früher. Jetzt. Und auch zweimal vielleicht. Holy shit. Ja, der schießt jetzt nochmal gleich eigentlich. Okay, zu spät. Er hat halt schon verloren, aber... Alter, Fatscher, ey. Junge, ey, das war ja eine geile Runde. Ja. Geht's jetzt, ey. Also, Draconic into Only Tier 5, das funktioniert. Das kickt richtig rein, ey.